Heute gibt es Tipps zum Thema Hemdenkauf, damit du das nächste Mal vor einem Fehlkauf bei einem Hemd bewahrt wirst. Wenn du gerade auf der Suche bist und ein neues Hemd kaufen möchtest, egal zu welchem Anlass, dann solltest du dir auf jeden Fall vorab dieses Video hier reinziehen, damit du einfach vor einem Fehlkauf bewahrt wirst. Denn heute gibt es fünf grundlegende Tipps, die dir helfen, das perfekte Hemd auszusuchen. Starten wir mit dem ersten Punkt und zwar mit der Passform. Bei der Passform ist es wirklich enorm wichtig, denn das Hemd steht und fällt mit der Passform. Deshalb solltest du dir auf jeden Fall Folgendes erstmal merken. Wir unterscheiden nämlich hier zwischen Business und Freizeit. Bei Business ist es so, dass die Hemden meist etwas enger geschnitten sind, aus dem Grund, weil man ein Business-Hemd meistens immer unter einem Anzug trägt. Zudem sind die Business-Hemden meistens einfach etwas länger geschnitten, weil man logischerweise auch die Business-Hemden meistens immer in die Hose steckt. Bei den Freizeithemden sieht das ein bisschen anders aus. Die Freizeithemden sind einfach ein bisschen locker geschnitten, etwas luftiger geschnitten, weil man die nicht unbedingt unter einem Anzug trägt, sondern einfach locker luftig in der Freizeit. Wenn wir über die Passform sprechen, dann sprechen wir auch noch über drei weitere Punkte. Als allererstes Mal sollte man die richtige Größe wissen. Falls du nicht weißt, welche Größe du hast, gar kein Problem. Frag einfach einen Verkäufer oder einen Berater, wenn jemand zum Beispiel ein Herrenausstatter ist. Einfach fragen und einfach damit sicherstellen, dass man auf jeden Fall die richtige Größe auswählt. Zweitens, der Schnitt. Es ist super wichtig, dass man einfach den richtigen Schnitt eines Hemdes auswählt, passend zur Körperform. Heißt, es gibt verschiedene Schnitte, wie zum Beispiel Slim Fit, Regular Fit. Einfach diesen Fit auswählen, der zu deiner Körperform am besten passt. Zusätzlich auch noch an den Sitzdenken. Das bedeutet, sitzt das Hemd an den passenden Stellen auch richtig. Heißt zum Beispiel an der Schulter. Sitzt die Schulternaht auch wirklich auf der Schulter? Darauf achten, dass diese drei Punkte definitiv erfüllt sind. Last but not least, bei der Passform muss natürlich auch der Kragen passen. Das bedeutet, du solltest den Kragen einfach ganz entspannt schließen können. Nicht zu streng und auch nicht zu viel Luft, sondern einfach so einen Finger dazwischen. Wenn der dazwischen passt, dann sollte das passen. Denn du musst einfach noch atmen können, du musst noch was trinken können, du musst noch was essen können. Also das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Heißt, auf jeden Fall darauf achten, dass man den Kragen schließen kann und trotzdem noch ein bisschen Luft da ist. Der nächste Punkt ist der Anlass. Du solltest dir auf jeden Fall vorab Gedanken darüber machen, zu welchem Anlass du das Hemd tragen möchtest. Denn anhand dessen entscheiden sich nämlich auch ein paar Eckdaten von dem Hemd. Sagen wir mal, du möchtest zu einer Abendveranstaltung gehen. Bei einer Abendveranstaltung oder bei einem Businessmeeting auch zum Beispiel, da trägst du zum Beispiel ein Hemd, was einfach vom Muster her etwas schlichter ist. Wenn du zum Beispiel ein Hemd für die Freizeit tragen möchtest, dann kannst du auch vom Muster her einfach ein paar ausgefallene Muster tragen. Das ist gar kein Problem. Oder auch vom Stoff her. Wenn du zum Beispiel bei einer Abendveranstaltung bist, dann nimmst du zum Beispiel einen etwas feineren Stoff. Wenn du ein Hemd für die Freizeit auswählst, dann kann es auch ein etwas gröberer Stoff sein. Anderer Punkt sind zum Beispiel auch die Manschetten. Wenn es zum Beispiel ein Businessmeeting ist, ein sehr wichtiges Businessmeeting oder auch vielleicht eine Hochzeit, dann hast du zum Beispiel eine Umschlagmanschette, wo du Manschettenknöpfe benutzen kannst. Wenn es zum Beispiel eher ein Freizeithemd ist, dann hast du einfach eine ganz schlichte Manschette. Kommen wir zur Qualität. Auf die Qualität musst du auf jeden Fall Wert legen. Gerade bei Businesshemden. Das heißt jetzt nicht, dass du Freizeithemden mit minderwertiger Qualität kaufen sollst. Aber gerade bei Businesshemden ist es enorm wichtig, dass die wirklich eine 1A Qualität haben. Denn wenn du Businesshemden trägst, dann trägst du die ja überwiegend zu einem Anzug. Und wenn das Hemd dann eine minderwertige Qualität hat, dann downgradet das einfach deinen Overalllook. Und das möchtest du auf gar keinen Fall. Bei Freizeithemden sieht das ein bisschen anders aus. Da kannst du eigentlich nicht großartig downgraden, weil du die Freizeithemden ja nicht zu einem Anzug trägst. Zudem ist es halt auch enorm wichtig, dass du eine gute Qualität hast. Denn wenn das der Fall ist, dann hast du auf jeden Fall einfach mehr von deinem Hemd, weil es vom Stoff her einfach auch länger hält. Zudem ist es auch so, wenn wir zum Thema Stoff kommen, die qualitativ hochwertigen Hemden haben meist einen etwas dickeren Stoff. Das ist aus dem Grund gut, damit man einfach nicht durchschauen kann, wenn man zum Beispiel ein Unterhemd drunter anzieht oder auch einfach blickdicht sind, was zum Beispiel die Brustwarzen angeht. Und ein anderer Punkt sind auch noch die Nähte. Bei einem Hemd mit hoher Qualität hast du einfach viel besser und viel feiner genähte Nähte als zum Beispiel bei einem Hemd, wo die Qualität nicht so hoch ist. Auf den nächsten Punkt solltest du ebenfalls achten, denn der nächste Punkt hat auch ein bisschen was mit Style und mit Stil zu tun und zwar der Hemdkragen. Welchen Kragen wählst du aus? Es gibt verschiedene Hemdkragen und ich stelle dir einfach mal meine drei Lieblingskragen vor, die ich im Kleiderschrank habe. Das sind zum Beispiel der Kentkragen, der Haifischkragen und der Stehkragen. Das sind drei Kragen von vielen verschiedenen Kragen, aber du solltest einfach dir Gedanken darüber machen, welchen Kragen du auswählst, weil das hat natürlich schlussendlich auch was mit diesem Overall Look and Feel zu tun, wie das am Ende des Tages komplett wirkt. Bei dem Kent und bei dem Haifischkragen ist es so, den kannst du natürlich perfekt zu einem Business-Outfit tragen. Und bei den Stehkragen, da empfehle ich dir, Stehkragenhemden einfach nur für die Freizeit zu tragen. Sieht cool aus und mit einem Anzug funktioniert das nicht wirklich. Wenn du weitere grundlegende Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling und du dich da einfach noch nicht so sicher fühlst, dann check auf jeden Fall mal das E-Book Demand Style Guide aus. Der Man-Styler gibt dir nämlich so ein paar grundlegende Informationen mit an die Hand, die du als Mann auf jeden Fall kennen musst, um dich einfach in dieser Welt ein bisschen wohler zu fühlen, auch wenn die Welt gar nicht wirklich deins ist. Und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book, kannst du ganz easy aufs Handy runterladen, check es auf jeden Fall mal aus, damit du auf jeden Fall mit den Grundlagen, was das Thema Outfits und Styling angeht, definitiv ausgestattet bist. Machen wir weiter mit der Farbe. Um diese Frage kommst du einfach nicht drum rum, wenn es um das Thema Hemdkauf geht, denn irgendwann musst du dich entscheiden, welche Farbe. Die Frage ist nur, welche Farbe ist denn die richtige? Meine Empfehlung, gerade wenn es um Thema Business geht, einfach da auf dezente Farben zurückzugreifen, wie zum Beispiel ein hellblau oder vielleicht auch ein weiß. Wenn du Muster dazu wählen möchtest bei einem Business Outfit, wähle auch hier feine Muster, wie zum Beispiel feine Streifen oder ein feines Karo, nichts zu ausgefallen ist. Wichtig ist allerdings nur, egal ob jetzt Business oder Freizeit, die Farbe sollte auf jeden Fall zu deinem Teint passen. Das ist das A und O. Falls du nicht weißt, welche Farbe zu dir passt, dann check einfach mal dieses Video hier oben aus. Ich habe zu diesem ganzen Thema auch schon ein komplettes Video gemacht, damit du herausfinden kannst, welche Farbe zu dir persönlich passt. Wenn du dir allerdings komplett unsicher bist und einfach absolut nicht weißt, welche Farbe du wählen solltest, dann wähle einfach ein weiß, denn weiß passt tatsächlich immer. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch heute mit diesem Video einfach ein bisschen weiterhelfen, wenn es um das Thema Hemdkauf geht. Und ich hoffe innix, dass ich tatsächlich euch vor einem Fehlkauf mit diesem Video einfach bewahren konnte und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hemdenkauf. guck! Vielen Dank.